Traumatherapie kann bedeuten, dass Sie mit den Ereignissen Ihren Frieden machen können. Ein Psychotrauma ist definiert durch ein Ereignis, was jeden Menschen zutiefst erschüttert in seiner seelischen und körperlichen Integrität. Man unterscheidet sogenannte Man-Made-Ereignisse, das heißt Erfahrungen durch Körpergewalt, aber auch durch seelische Gewalt. Und man unterscheidet die Traumata, die verursacht worden sind durch zum Beispiel Naturkatastrophen, Unfälle oder aber auch natürlich durch schwere Erkrankungen. Man weiß, dass Letztere bessere Heilungschancen haben wie die Traumata, die durch Menschen an einem anderen Menschen verursacht werden. Menschen mit Traumata kommen teilweise, weil sie wissen, dass sie ein Trauma erlebt haben. Aber wir kennen auch viele Fälle, die kommen mit körperlichen Beschwerden, mit körperlichen Schmerzen, wo tatsächlich der Behandler sagt, ich finde nichts und gehen Sie vielleicht mal in eine psychosomatische Behandlung. Ich habe ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe eine Patientin, die mindestens anderthalb Jahre durch die neurologische Diagnostik gelaufen ist, weil sie Bewegungsstörungen hatte, weil sie Missempfindungen hatte und sich lange damit auseinandersetzen musste, weil sie auch immer wieder frustriert gewesen ist und sich seelisch sehr beeinträchtigt gefühlt hat, schlecht geschlafen hat und dann geschah es ihr tatsächlich, dass sie im Rahmen einer Rehabilitationsbehandlung mit einem Psychologen reden konnte und da wurde ihr auf einmal bewusst und auf einmal hat sie tatsächlich sogenannte Flashbacks erfahren. Das ist das Bildererleben von Ereignissen, die geschehen sind, die vorher ganz tief im Unterbewusstsein gelagert sind. Diese Patienten bekommen wir dann und versuchen mit ihnen diese Ereignisse zu sortieren, um sie gut wieder oder zum ersten Mal verarbeiten zu können. Es gibt eine eigentlich tatsächlich standardisierte Vorgehensweise, wie Psychotraumata behandelt werden. Man unterteilt die Stabilisierungsphase, die Konfrontationsphase und vielleicht auch so etwas wie eine Heilungsphase. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass die natürlich individuell abhängig zeitlichen Phasen verarbeitet werden müssen. Das heißt, eine Stabilisierungsphase kann auch durchaus über mehrere Jahre vorhanden sein, wobei ich immer versuche zu sagen, Dinge, die sie schon jahrelang mit sich herumgeschleppt haben, brauchen auch dieselbe Anzahl an Jahren, um geheilt zu werden. Manchmal schaffen wir es mit dieser Stabilisierungsphase, dass die Konfrontation gar nicht mehr notwendig ist und das Ziel ist, seinen Frieden zu machen mit den Dingen, die passiert sind und die man nicht mehr ändern kann. Das ist ein Schritt. Ich habe eine Art, um die Komponation zu machen, um die Komponation zu machen. Das ist ein Schritt. Das ist ein Schritt. Das ist ein Schritt. Das ist ein Schritt. Untertitelung des ZDF, 2020